Und wie geht das Gespräch los? Ach so, ich wollte eigentlich noch mal über uns reden. Ich fand, dass der Team mal schaut zwischen uns. Wollen wir das noch mal machen? Wir werden jetzt gleich auf hier fressen, aber lass uns das vorher noch mal klären. Oder vielleicht werden wir erschossen. Je nachdem. Vielleicht auch hier hängt. Wer weiß. Aber wir sind zusammen. Ich finde es ja auf jeden Fall cool, dass Ava auf unserer Seite ist. Hm, wer ist das? Theoretisch kann sie sich doch eigentlich frei bewegen. You make them in a split second and then you have to carry them the rest of your life. So eine Warnung. Oh, scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt instinktiv gleich handeln. How can we trust Ava, that you won't turn us in? Can we really trust her? Ich denke mal, ich mache es mal so. Ja. Dann sollten wir okay sein. Ich hoffe. Und spricht tatsächlich auch so ziemlich der Wahrheit noch. How do you know, when you can trust someone? I feel like I've never really known anyone. Other than you and Kate, Mariana. Keine Mistrede. Ja, eigentlich durch die Taten, ne? Through their actions. They can try to confuse you with their words, but someone worth your trust does good things. Makes sense. Susan, hey. Grüß dich. Schön, dass du da bist. I think we're up. She sure is a big help. So Bianca, mit dem ihr Peck? Und, kommt ihr mit aus der Tür? Nein. Schöne Tür übrigens. Könnte ich mir schön als Eingangstür vorstellen. Nein, im Schleichen bist du echt scheiße irgendwie. So irgendwo mitten im Licht stehenbleiben. Mal kurz woanders gucken. Okay, wir können nur öffnen. Ava sagt, es wäre so ein Waffendetektor. Wir holen uns jetzt Waffen und lassen mich raten, wie wir ihn nachher durch. Piep, 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 piep. Ah, ich sehe ihn doch schon kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Die Schäufe sind durch die Tür. Locked. Da wird er jetzt nicht nur Bob davor gestanden haben. Schön gemacht. Schön gemacht. Damit man auch ja merkt, dass jetzt laut ist. Scheiße. So, offen ist es? Gehört hat jeder. Wunderbar. Ich freue mal. Okay, was haben wir hier schön jetzt? Oh, Jackpot tatsächlich. Äh, 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 hier. Gib mal, was Gabe macht da. Nimm mir mal eine vollautomatische Gewehr weg. Ach, hau ab. Ach, komm. Wirklich. Ja, das steht alles da. AK, M4. Aber nein, er nimmt die Baseballkeule. Nimm doch lieber zwei AKs, Mann. Put these in your bag. Ah. More Baseball. Okay, aber hey, cool. Wir haben Waffen und wir haben Munition erst mal. Wir machen eine ziemlich gute Team, richtig? Der Onkel, Nefjörg, 1-2-Punch. Nicht wirklich. Ja, wir machen. Ach so, Eva. Sorry, ich habe dich schraubt. Wenn wir zurückkommen, müssen wir mit diesen Leuten sprechen, um das richtige Ding zu tun. Ich will dich an der Entrance treffen. Oh nein. Das ist Bob. Come here. Ich glaube, ich spinne, Alter. Oh, Messerkampf. Alter. Okay, wir haben erst mal schön Messer an der Schulter. Das macht uns ja nichts. Wir sind taffe Typen. Wir sind taffe Typen. Das macht uns überhaupt nichts. Wir sind im Arsch. Javi. Javi. Scheiße. Are you okay? Oh my God. I'll be fine. Are you sure? I'm so sorry. Yes, I'll be fine. Don't worry about it. We have to get back to the others. Aber war ja nicht Bob. Bob war ein anderer. Jeez, I can't leave you guys alone for two minutes, can I? He's still alive? Yeah. He's passed out. Starting to think, siting with you might have not been the best idea. Toss sleeping beauty in the closet, so you can see them. So, steht hochheben und so. So, okay. Dann kommen wir mit hier. Mit deiner feschen Bauchtasche. Hast du da den dafür? Let me see that wound. It's really bleeding. You're going to need that taken care of. Shit. So, irgendwo kleber. It's okay. Lingard and David are close friends. We can count on him, to help you. Ja, das haben wir gesehen. The medical facility is right near by. It'll be quiet this time. It's okay. It's okay, but let's be quick. Ja, Gabe is deine Schuld. Du musst auch mal cool bleiben. Du kannst dir bei jeder Scheiße sofort rausspringen. Was ist das hier? Ein Rybar? Ich schwöre, deine Amis draufhören. Das ist ein Messer. Nicht diese, aber einige Modelle. Javi, es ist wahrscheinlich besser, wenn Lingard diese Räume nicht sieht. Er und David sind vielleicht kalt, aber er ist immer Teil des Liederschaftskonseln. Ich werde mit Ava anschauen. Okay. Soll ich mal vielleicht eh eine kleine Waffe schmuggeln? Haben sie einen Laser-Sight? Laser-Sight. Ach Gott. Oh, Clemmy! Yeah! Oh, Simms mit all meinen Armen. Ich hab' die kleine Maus. Das Hammer! Go! I know this looks bad, but it's not like... It's not like what? I'm just here to talk to Lingard about where AJ is now. Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there. Oh, er hat sich grad einen schönen Schlussgesetz oder was? Schöner Ernst. He's alive. Poor dumb bastard. Das hätte man jetzt auch noch am Schnarchen irgendwie festmachen können, aber wo man ihn anfassen. I can stitch that for you. Na klar kannst du dazu. Ich kann nicht promise, es wird so großartig, wenn es heilt. Es ist besser als nichts, aber... Nur zu. Let's do it. Ja, Clemmy hat's in der vorigen Staffel schon selbst bei sich selbst am Arm gemacht irgendwie. Von daher, sie wird's wirklich können. Taffe kleine Maus. Close. Are you okay? I'm fine. Ach, du musst doch nicht so eine toughe Maus machen. Sag doch, was los ist. I know, it's a thing. I've traveled with women before, and they all... I've all had it. Oh. What is it? I mean, like, why is it... I just... Auf dieses Gespräch bin ich jetzt hier nicht vorbereitet gewesen, muss ich... Leute. Das habe ich jetzt hier nicht kommen sehen. Ich bin tatsächlich froh, selber keine Tochter zu haben, nur wegen diesem Gespräch. Und jetzt sitze ich hier. Es ist normal, du wirst erwachsen, oder es... Es ist normal. Was, was... Meilen es kurz an die Ladies im Chat. Es wäre die Antwort, es ist normal, besser, als du wirst erwachsen. Es ist normal. Eigentlich ist normal, beruhigt ein bisschen mehr, und du wirst erwachsen, ist ein bisschen zuversichtlicher. Also, auf jeden Fall fallen die unteren Antworten, glaube ich, aus. Aber ich würde sagen, es ist normal. Ist es eine Scheißantwort? Okay. Ähm... Jut, ich vertraue da meinem Mod. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich will dich zurück zu Kate. Sie kann dir helfen, mit, äh... Javi, worry about yourself right now. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Oh, ah, right. Mann, 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 Mann. Shelley eben. So, ansp... Naja, der wird nicht hören. Gleich verkehrt. Er sieht doch so ein bisschen aus wie der Arzt aus The Mortary Assistant. Plopp. Okay, ich habe noch einer. Der Becker flexibel. Oh, Mann, ansprechen. Ansehen. Hm. Tja, naja. Wenn Shelly nicht hilft, dann wird wahrscheinlich die Ansprechung auch nicht funktionieren. Ich bin doch noch einer. Dr. Lingard? Dr. Lingard? Dr. Lingard? Dr. Lingard? Kannst du mich hören? Das sieht man, wie er dich hören kann. Nope. Ach, Jojo, komm, ey. Mann. Ist er nicht dein Ernst jetzt? So, oh, 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 wir können ja gucken. Moment, dann nehmen wir erst mal hier looten. Freunde, wir müssen erst mal looten. Penicillin. Penicillin. Sehr gut. Ne, wir haben, na gut, dann schauen wir mal erst mal in den Sanikasten. Erst mal einen kleinen, kleinen Druckverband machen. Hm, ja. Nicht so wirklich, Jackpot, Alter. So, was haben wir denn hier? Hm, Cody, nicht viel mehr. Es sieht aus, wie die Schmerzen in hohen Demand sind. Auch so ein Ding, ne? So, Chat, jetzt brauche ich hier, wo geht es mal eine Entscheidung von euch? Wollen wir sie mitnehmen oder wollen wir sie nicht mitnehmen? Wir werden sie bestimmt für irgendjemanden, die brauchen können. Aber im schlimmsten Fall werden wir aufgegriffen, durchsucht und dann purzelt plötzlich das aus unserer Tasche. Weil das kann passieren. Das kann sein, dass irgendjemand nicht weiter, dass vielleicht irgendwie Kate kann nicht weiter, weil sie Schmerzen hat. Deswegen werden wir irgendwo gekriegt und sind am Arsch. Oder wir stehen gerade da und halten eine totale Brandrede vor allen Leuten und plötzlich so, plupp, 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 fällt uns die Penicillinverpackung aus der Tasche. Das ist auch möglich. Ah, wir sind ja Hauptcharakter, uns wird schon nichts passieren. Ja, aber ich denke auch so ein bisschen an die anderen, irgendwie. Also, an Kate. Und an Kate. Ne, natürlich auch an den Rotzbängel. Ah, und? Mitnehmen? Okay, Xeansand mitnehmen. Mitnehmen. So, Leute. Ein paar mehr Stimmen möchte ich hier schon nochmal sehen. Ja, ihr könnt euch jetzt nicht hinter den beiden verstecken, ihr Lieben. Okay, Jojo macht vielleicht joppelt. Verstehe. So, was ist los, Black War? Komm mal raus. Kneipe oder was? Ey, Benny-San. Grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut? Mein Bär ist doch. Blut. Also, mitnehmen oder dalassen. Bianca würde es auch mitnehmen, würde auch mitnehmen sagen. Blut immer mitnehmen. Ja, okay, die Tendenz ist da, was soll ich sagen. Okay, aber, denkt an meine Worte. Es kann uns noch zum Verhängnis werden. Wir haben es eingesteckt. So, dann suchen wir mal weiter. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Wo haben wir ihn? Die Klaue können wir alle klauen. Was ist das? Just Pills. Ja, was? Tic Tacs oder was? Wie? Just Pills. Was denn für welche? Beste, kleine, bunte? Hier we go. So, legt ihr die jetzt? Ich meine, oder sollt ihr, vielleicht sollt ihr Kate machen? Ich bin skeptisch, wirklich, Leute. Ich bin skeptisch. Hey, das ist nur was ihr suchen könnt. Sie hat nicht, wo die nicht einfahren können, oder? Unangenehm. So, auf jetzt. Okay. Ohne eine Wimper zu verziehen. Respekt. Respekt. Was war das für ein Song? Okay, jetzt haben wir mal diese fiese Rückblende hier. Und wieder allein. Okay, wir haben uns also hier in diesen Wohnwagen, die wir vorhin gefunden haben und wo wir eh weit getroffen haben, zurückgezogen. Gezogen. Damit jetzt wie ein Hund das rassig aus. Hatten wir schon mal. Eva. Es ist nur ich. Ach, guck mal, sie bringt uns ein paar Sachen. Schön. Nicht gut. Ich bin, ich bin sehr. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich gefunden habe. Clementine, ich weiß, dass das schwer ist. Bitte. Er ist so gut wie er kann. Das ist nicht groß. Schau. Es ist nicht viel, aber... Hier. Da, wo wir denn die AJ-Handybot haben. Oh, ist wirklich nicht verkehrt. Oh, ist doch AJ im Alter. Und sagt jeder AJ. David wollte, dass du das haben willst. AJ hat das nach dir geholfen. Es hat ihn geholfen. Das... Danke. Du bist willkommen. Es ist eine Friedung. Wir interessieren über dich. Versuchen Sie, dass... selbst wenn es falsch fühlt wird, wenn es falsch ist, die Leute immer wieder versuchen, zu tun zu machen. Es ist gefährlich hier. Und jetzt... Du schützt. Alles gut. Alles gut. Du hast es nicht zuletzt, was passiert zu werden? Du musst, was du über eine Lose hat. Plan nach dem Schluss. Du bist stark, aber es wird dir nicht weit weg, wenn du nicht wissen, was du machst. Oder wo du bist. Ich weiß nicht. Nicht möglich. Unser war A.J. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Neue Frontier. Platt gemacht haben sie. Werde mir A.J. wiederholen. Und das werde ich mit euch machen. Oder ohne euch. Wir werden jetzt zur Seite noch. Scheiße, ich war mir leise. So. So. Was? Stream ist weg. What? Wieder da? Hing bei mir. Jetzt wieder da. Jojo. Ich guck mal kurz. Ja. Bei mir ist kurz mal die Bitrate abgekackt. So. Läuft er jetzt wieder vernünftig? Wieder da. Wie lange war er jetzt weg? Ja. Bei mir nur sie vielleicht. Doch so lange. Okay. Also in der Zwischenzeit hat die Welt gerettet. Hier ist so viel krasser Shit in der Zwischenzeit passiert. Ja. Ähm. Habe ich jetzt tatsächlich so nicht mitgekriegt hier? Ähm. Also er kann mich so halbwegs mit Ava im Mutiny-Trend. Sagen wir mal so. Ne? Abrava. I.W. Rache ist schon. Okay. Ich geh mal wieder rein. Was denkst du? Ich denke ich bin besser. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich gehe nach dem Pfeil. Ich gehe nach dem Pfeil. Du kommst? Ich muss noch fragen, Lindgard. About AJ. Hallo Clementine. Javier. Ich dachte du warst in eine Selle mit David. Hat er eine Chance, dass er auch rauskommt? Ich liebe mich zu denken, was Joan mit ihm tun könnte. Joan hat ihn vor ich rauskommt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Du schuldig. Er ist... Er ist nicht rauskommt. Ich glaube, es gibt nur eine gewisse Weg, um Joan zu entfernen. Warum ist es, wenn David rauskommt? Er verdient was er zu ihm. Wenn du das denkst, du nicht wisst, David. Ich weiß, er ist der Grund, dass ich A.J. Als A.J. ergeriert, David war derjenige, der aufgerissen wurde. Er hat eine persönliche Verantwortung für den Kind. Du sagst das wie es eine gute Sache ist. Ich wundere, er war eine positive Einfluss. David ist der Grund, der Kind ist besser jetzt, als er noch nie ist. Du kannst so schuldig sein, wie du willst. Wie... Wie... Wie die Dinge ausgerissen sind. Clem ist A.J.'s Familie. Kein Kind ist besser als wenn du ihre Familie verbringst. Vielleicht bist du recht. Vielleicht A.J. sollte mit Clem sein. All I know is... That he is better than he was when he got here. No thanks to you or David. I stand by what I said. If David's taken such good care of him, why did he tell me to ask you where A.J. is? That's what this is about then. You... You wanna know where the boy is? Nö, ich will einfach so mit dir quatschen. Natürlich will ich wissen wo der Junge ist. Raus mit der Sprache! Los! Was, du willst? I... I just wanna die. Aber klingt jetzt heftig. I want you to inject this into me. Tu sowas elbst. Why don't you do it yourself? I... I can't. I'm a fucking coward. Wenn dein Bruder mich gefunden hat, er hat mich zu interessieren, um alles zu tun, um mein Leben zu tun, um mein Leben zu tun, um andere Menschen zu tun, sogar in diesem ganzen Ort, ohne ihn zu sein. Ich will nicht mehr interessieren. Echt jetzt, wir müssen ihn echt jetzt wirklich totspritzen, damit er uns sagt, wo AJ ist. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit rauszufinden, oder anders rauszufinden, wo AJ ist? Gibt es irgendwie die Möglichkeit? Also jemanden jetzt zu töten, er ist ein Penner, ohne Frage, er ist halt ein Feigling, er ist ein Wichser irgendwie. Müssen wir nicht drüber reden. Aber verdient er, dass wir ihn jetzt töten? Ich bin auch der Meinung, wenn, sollen er das bitte selber machen. Wie seht ihr das, Leute? Ich bin wirklich skeptisch. Ich bin sehr, 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 sehr skeptisch. Tatsächlich, der erste Impuls wäre eigentlich, in mir zu sagen, ich lehne ab. Weil theoretisch könnte auch David wissen, wo AJ ist. Die Frage ist nur, wer könnte mir jetzt quasi daraus einen Strick machen, dass ich Lingard getötet habe. Und wir können jetzt hier auch nicht einfach so einen Rachefeldzug starten irgendwie für Clemmy. Das funktioniert auch nicht. Da kriegen wir AJ auch nicht wieder. Was sagt's? Ich glaube nicht, dass er was sagt, wenn wir das nicht tun. Außer mit Folter. Bestimmt gibt's eine andere Lösung, aber da müssen wir jetzt nicht. Ja nicht und Clemmy wäre bestimmt sauer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber 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 ich bin der Meinung, wir können es nicht tun. Sorry, kann ich nicht. Das sollte nicht der Weg sein, irgendwie. Mach mal selber. Ich bin sorry, Clem, wir können das nicht tun. Nein, ich muss das. Wenn du nicht, ich werde. Clem, stop. Er ist nicht in seiner Meinung, du kannst das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ich mache das Geld. Wir finden, AJ. Aber nicht das hier. Es gibt keine andere Weg. Oh. Ja, du kannst mit so einem Charakter-King-Tee machen, irgendwie. Guck ihn dir noch an. Alter, der verrät dich einfach nur für den Hauch eines Schusses. Häng in da, buddy. Hey. Hi, Clementine. Surprised, dass du hier hier sehen kannst. Ja. Ich bin gleich wieder auf dich. Du bist alle gut? Ja. Wir sind alle bereit. Let's roll. Let's roll. Hm. Gut, dass du dich sehen kannst. Ja, Gabe hat so ein kleines Auge auf Clemmy geworfen, aber das wird unterbunden. Das hat hier nicht stattzufinden, Freunde. Das ist die kleine Clemmy. Javi, du bist zurück. Und Clementine. Danke für das heiße Willkommen. So, dann schauen wir doch mal, wie hier jetzt das Beziehungsgespräch gelaufen ist. Oh, verdammt. Du okay? Ja. Man sieht es besser, als es ist. Nein, wir wollen noch nicht loslassen. Jo, jo. Ich habe noch nicht bereit. Ich habe schon wieder eine Maus. Was hat das so lange gedauert? Was hat das so lange gedauert? Fragt er. Ich muss noch hierbleiben. Ich muss ein Beziehungsgespräch führen. Was hat das so lange gedauert? War jetzt eigentlich ja nicht so beabsichtig, sowas zu sagen. Was hat das so lange gedauert? Warum hast du gesagt, Kate? Okay? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020